It's Showtime! Ja, wir waren das letzte Mal ja im UG und da gab es ja auch eine Mission. Nur eine kleine würde ich mal sagen. Und heute machen wir eigentlich da weiter, wo wir das letzte Mal im ersten Erdgeschoss, also wo wir jetzt ja auch da oben sind. Da gucken wir da, also Obergeschoss meinte ich, nicht der Erdgeschoss. Im ersten Obergeschoss da weiter. Na, das haben wir abgeschlossen, die Mission. Wer das nicht gesehen hat, kann in der Playlist nachschauen und dort findest du auch das Ganze. Wir gehen hier zum der perfekte Raub. Wow! Was wird uns hier erwarten? Der perfekte Raub. Bühne auf für Princess Peach! Und es wird uns hier was erwarten. Oh! Hey, ich seh dir das mal, dir mal diese seltsamen Postern, was das wohl zu bedeuten hat. Wir sollten uns mal umschauen oder so, ne? So. Hey, aber ich wollte eigentlich was ändern in dieser Folge. Ist mir gerade noch in den Sinn gekommen. Das exklusive Sternkleid. Okay, jetzt geht's richtig los mit dem richtigen Kleid. Dachte ich, für jede Folge mal was anderes anzuziehen. Schadet ja nicht, ne? Hier ist irgendwas los. Ah! Schon ein kleines Secret da hinten. Gibt's ein bisschen Bonus-Münzen für die nächsten Kleider. Ja, können wir die auch da her? Nein, geht nicht. So, da oben haben wir auch eine Münzen. Tut leid, zurzeit ist der Zutief verboten. Was? Ich komm da hinten nicht durch. Was ist denn los? Was ist denn hier passiert? Hallo, kann mir jemand eine Auskunft geben? Räubertruppe plant. Übel ist was? Du sollst jetzt auch vorsichtig sein. Was? Ja, Räubertruppe. Wow, da kommen ein paar. Was ist hier los? Uh! Okay, wir müssen nachschauen, was los ist. Wow, 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 wow. Die Sirenen. Die Polizei kommt. Einbruch, Einbruch. Oh nein, eine Bank wird ausgeraubt. Juwelen wurden geklaut. Was ist denn los? Ja, schöne Juwelen, genau. Es geht dir wieder gut. Es geht dir wieder gut. Hallo, Polizei. So, ich werde meine Fehler ausmügeln. Los geht's. Ist hier noch was versteckt? Ein paar Juwelen für mich da hinten. Nein. Gut. Oder hier da hinten. Nein, wir wissen das ja nicht, ne? Hey, warten Sie auf mich. Hallo? Sie fliegen weiter in ihr Versteck. Kein Problem. Hier ist die Musik immer gleich. Hier, wenn sie diese Form hat eigentlich. Ist doch interessant. Ja, da hinten funkelt hier was. Das kann man ja nicht übersehen. Oh, da geht's aber auch nach unten. Oh, nach vorne. Was ist hier los? Puh, ich werde da nicht in den Wochen vorbeikommen. Was ist los? Gibt es hier ein Problem? Oh, weg, weg, weg. Lass uns hier durch. Ja. Hey, mit dem Licht hier könnte man sich hier sehen. Was? Was ist los mit dem Licht? Mit dem Licht hier könnte man sich hier... Was ist los hier mit dem Licht hier? Könnte man sich hier... Hä? Was ist hier das Licht oben an, oder nicht? Könnte man sich hier... Stimmt irgendwas da oben nicht? Was ist hier los, Leute? Was ist da oben los? Ja. Hä? Ich muss sagen, mit dem Licht hier könnte man sicher... Ja, ich mach's doch richtig hier mit dem Licht. Oder stehe ich gerade irgendwie falsch? Mit dem Licht hier. Oder müssen die nach vorne kommen, oder was? Das ist ja merkwürdig. Hör, jetzt hat's geklappt. Das war jetzt mega komisch, beeindruckend. Hä? Schaut euch das mal an. Also, ich hab das gemacht. Nichts passiert, wie vorhin. Nochmal hier. Nochmal. Und jetzt. Hä? Ist das ein Bug, oder so? Naja, es hat geklappt. Sind sie da wie betäubt, oder so? Und oben sind auch noch ein paar. Merkwürdige Sache. Vielleicht muss ich das einfach ein bisschen anders machen. So, was ist mit denen hier? Hallo? Ja. Geh ich da einfach weiter, oder was? Was ist in der Arbeit? Darf ich nur beschatten? Was? Ich darf nur beschatten. Ja. Da ist ein Schlüssel abgebildet. Auf dem Holzplakat. Hier wunkelt nichts. Hallo? Hallo? Wie bist du eine Woche vorbeigeschlichen? Ja. Wenn du so fähig bist, dann, ähm... Würdest du mir dann bitte folgen? Ja, da unten hätte es aber auch noch was gehabt. Moment mal schnell. Also hier komme ich nicht nach oben, aber hier geht es noch vielleicht nach hinten irgendwo rein. Ja. Komme ich denn noch mal zurück? Ja, er sagt mir jetzt hier entlang und da hinten geht es auch dort. Wo soll ich jetzt bitte durch? Kann mir meine Schätze zurückholen? Oh. Geh mir den Schatz. Aha. Die versteckte Haarschleife. Heftig. Sonst hat sie nichts. Hey, aber das ist schon ein bisschen tricky Versteck gewesen, wenn es nicht auch... Normalerweise geht man ja meistens immer dorthin, wo das Spiel einem dann ein bisschen so verlangt oder so, aber... Einfach da hinten, ne? Also in dem Spiel nie gleich dorthin gehen, wo man hingehen muss. Was ist denn da hin? Hier ist es. Aha. Ich will sehen, ob ich recht habe. Kommissar, macht es bitte mal auf. Machen Sie mal bitte auf. Vielen Dank. Anscheinend gibt es hier noch was Verstecktes. Willkommen in unserer Geheimzentrale. Oh, vielleicht kannst du diese Geräte aktivieren. Ja, also hier. Schauen Sie zu. Richtig nice, okay. Oha. Und jetzt brauchen wir noch ein zweites da hinten. Aha, so funktioniert das hier. Wow. Aber in der Mitte fehlt noch eins. Aha, zusammen gibt es die Mitte. Wow, aus dem Kontrollzentrum. Sehr gut. Und nochmal einbekommen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Die Kraft der Meisterdiebe erwartet dich. Wow. Jetzt wird Peach zum Meisterdiebin. Aber sie ist doch eine gute. Wieso soll es jetzt eine Diebin werden? Nein, jetzt habe ich so ein schönes Kleid. Und jetzt... Und jetzt... wird sie zur... Wow. Meisterdiebin. Krass. Meisterdiebin Peach. Okay, gut. Einschalten. Systeme einschalten. Was ist los? Was ist los? Was ist hier los? Nun vertrauen wir ganz auf dich. Die Drohnen unterstützen dich. Oh. Okay, krass. Ja, schleiche dich von hier aus in ihr Gebäude. Wie unterschiedlich... Ah, das heisst, ich bin so ein bisschen... Ja, so ein bisschen Doppelagent eigentlich. Dass ich mich da als Diebin da ausgebe, damit ich zu den anderen Dieben da hinkomme. Oh, oh. Okay, was ist hier los? Yay. Oh, da hätte ich auch springen können da oben. Kann ich da auch machen? Egal. Irgendein paar Münzen. Wow. Okay, okay. Coole Ansicht. Sind wir hier in New Dunk City? Wow. Ja, noch nicht ganz, ne? Okay, spezielle Kameraführung. Spezielle Kameraführung. Ja. Jetzt fahre ich da runter. Weil die Scheinwerfer, die dürfen mich ja wahrscheinlich nicht erwischen, oder? Oh. Hey, da unten ist aber ein Funkelkristall. Ja. Oh, Elgizos hat mich schon erwischt, kurz. Oh. Was ist hier los? Oh, es geht hier nach unten. Ich habe mich gefragt, wo es durchgeht. Okay, was ist das? War das? Ja, okay. Wow. Sehr spezielle Kameraführung. Oh, hier sind die Diamanten. Die werden hier transportiert. Okay. Hä, was ist hier los? Licht. Strom. Was ist hier falsch? Ah, Moment. Was ist hier? Steuerung. Drücke vor einem Schloss B, um es zu deaktivieren. Okay. Sehr gut, sehr gut. Und da können wir nach unten gehen. Hier. Da oben natürlich das auch noch. Nice. Oh, da unten. Hey, da unten. Hey, ich wette, da unten ist so etwas noch dabei. Ich habe irgendwie so ein komisches Gefühlt, dass da unten so ein Funkelkristallglächter unter ist. Oder nicht? Nein, da wird einfach werden die Diamanten transportiert. Da ist noch nichts versteckt in dem Raum. Sag mal. Also da drauf kann ich? Ja, nichts, oder? Ich kann unten aber auch durch. Soll ich mal unten durch? Jetzt bin ich unten anstelle, oben durch. Wo bin ich? Macht das überhaupt einen Unterschied? Oberer Weg, untere Weg? Sag mal da oben. Ist da oben noch was gewesen? Nein. Da werde ich einfach von oben gekommen. Was ist da oben? Ja. Leben. Ja, man muss halt... Oh. Hey, ich habe da irgendwas aktiviert oben. Ich habe da irgendwas aktiviert. Weißt du, ich bin mich am Umschauen wegen den, ähm... Oh, ich habe die... Oh, ich habe die Seite, glaube ich, gewechselt, oder nicht? Ja, die Seite wechselt man da oben. Jetzt kommen sie von rechts nach links. Ja, aber das ist jetzt gut. Ja, hey, tatsächlich... Da ist doch sicherlich mega viele Sachen noch da oben versteckt, oder nicht? Ich habe irgendwie so ein Gefühl... Wieso hat es so viele Haken? Was mache ich überhaupt da oben? Irgendwie komme ich gerade nicht mehr so richtig durch, weil ich durchgehen muss. Ja. Da ist der Bereich halt auch ein bisschen grösser. Ja. Er denkt sich nicht, was macht er da? Ja, ich schaue mich gerade um, ob es da irgendwo noch einen versteckten Funkkristall hat. Weil, schaut doch mal an, ich habe da erst vier. Da ist was. Ja, jetzt werden wir herausfinden, ob wir... Ey, das schon vergessen, aber... Ah, das ist aber nur ein Bonus im Linzerrahmen. Ja. Ja, das sieht nicht gut aus. Weil ich suche hier die Lösung. Das heißt, die kann man auch noch schön ausweichen, ne? So. Aber wohin muss ich denn genau konkret gehen? Nach rechts? Weil, was ist denn oben links noch gewesen? Für was konnte man hier oben hier hin, seht ihr? Weil hier... Weil jetzt geht es rüber. Aber da unten ist es ein Eingang. Hey, ich checke es nicht gerade. Aber... Aber... Oh, da oben ist er. Ah, ich bin richtig. Ich habe nichts ausgelassen. Ich habe doch gesagt, hier muss doch noch was versteckt sein. Und die Schleife habe ich ja schon. Ich laufe komplett im Hinter... Oh, im Hintergrund durch. Ja. Ich hoffe, da hinten ist jetzt nichts gewesen. Da komme ich wieder raus. Ja. Außer man müsste das Level 2 mal abschliessen. Oh. Kann ich mich an den Teil halten? Am Haken da oben. Ja. Oh. Ich wäre noch zurückgekommen. Aber ob ich zurückgehen muss, das ist die andere Frage. Ja, ich gehe glaube ich mal weiter. Also wenn hier mir was fehlen würde, dann wüsste ich, dass ich hier nochmal was vergessen hätte. Aber ich denke jetzt mal nicht. Das heißt, ich habe das Secret gefunden. Und hier auch wieder eine versteckte Plattform. Hier ist sicherlich so eine Mission, wo man Gegner... Nichts gesagt. Ist da oben nichts versteckt gewesen. So. Müssen wir mal schauen, was ist los, was ist los. Easy. Oh, sie kommen wieder. Sie kommen wieder. Sie kommen wieder. Sie kommen wieder. Sie ist da oben versteckt. Oh. Da oben ist er. Da oben ist er. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Wie komme ich hier nach oben? Ja. Wie komme ich hier nach oben? Wieso ist die Tür zu eigentlich? Da oben ist er. Wieso komme ich hier nicht nach oben? Machen wir doch so nochmal, oder? Irgendwas stimmt hier nicht. Da oben ist er. Was? Ah. Oh. Sieh an. Richtiger Weg. So kommen wir noch. Und der richtige sogar auch. Oh mein Gott. Da komme ich. Oh. Geil. Ist nichts mehr hier. Ja. Okay. Ist immer richtig. Krass. Ja. Also weiss ich hier. Hier muss ich nicht weiterhin dann suchen. Dann bin ich komplett richtig. Irgendwas ist hier noch. Ja. Äh. Licht. Linsen. Wie sieht's aus da gerade? Okay. Noch vier Stück. Eine gibt's sicherlich am Schluss. Das heißt. Das heißt es gibt sicherlich noch einen versteckten Raum. Also die Mission her bin ich ehrlich gesagt kein grosser Mega Fan davon. Aber es ist speziell gemacht von der Mechanik. Da ist nichts versteckt. Das kann doch nicht sein. Da ist nichts versteckt. Gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Ich hoffe es nicht. Oh. Wenn ich jetzt was vergessen hätte, dann wäre es in dem anderen Raum gewesen. Oh. Da oben hat es zwei Teile. Wie komme ich dorthin? Wie komme ich da hin? Ah. Hier. Geholt. Jetzt haben wir zwei. Okay. Wieso muss ich die da eigentlich immer hinten? Da oben ist auch noch was. Ja. Ja. Ah. Ich muss so nach oben. Ja. Irgendwie so. So. Und so. Und da oben sind die anderen Teile. Geil. Cool. Und da hat es auch nochmal zwei. Alles geholt. Super. Oh. Ich habe eins vergessen. Schade. Das ist im anderen Raum irgendwo gewesen. Kann ich da wieder zurück? Ja. Oh mein Gott. Wie konnte ich das übersehen? Ja. Ja. Irgendwie muss ich aber da unten durch. Ja. Da unten. Mist. Also das ist schon ein bisschen brenzlig gewesen hier. Ja. Ich muss da oben irgendwie durch. Ja. Das ist ein Detail. Kommt da immer wieder da durch. Ah. Ah. Jetzt hat es geschafft. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt hingekriegt habe. Aber es hat geklappt mit einem Herzchen noch. Ja. Der Tresor. Der Tresor. Weg mit euch. Oh. Sehe ich da richtig leben? Edelsteine. Super. Du hast es geschafft. Alle Jubeln sind wieder da. Oh. 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 Die Polizei. Die Polizei hat sich so verabschieden. Oh no. Geht weg. Geht weg. Mann. Ich habe Angst vor euch. Die läuft doch nicht davon. Oder doch? Ja. Ja. Oh. Hilfe. Wir haben die Drohnen losgeschickt. Ja. Die Drohnen. Jetzt verfolgen sie mich. Nein. Jetzt muss ich wieder in das Level rein. Irgendwo fällt mir noch eins. Ja. Wie viel habe ich jetzt? Ja. Zwei. Das heißt am Schluss gibt es eh wahrscheinlich eins dazu. Und dann nachher irgendwo ist da vielleicht noch eins versteckt. Ja. Das ist aber noch cool gemacht mit dem Schwingen. Oh. Also bin ich eigentlich gut dran. Ja. Das letzte. Schade. Hätte es so schön gewesen im First Try einfach alles gefunden. Aber wir sind noch nicht am Ende. Wir sind noch nicht am Ende. So. Ich glaube das ist eines der Level. Die müssen länger jetzt down. Ich komme. Ich fliehe hier einfach so. Ja. Oh. Stand aber keine Steuerung gerade. Kein Problem. Kein Problem. Wir haben das im Griff. Da ist er noch gewesen. Habt ihr das gesehen? Wie fies der versteckt war? Da muss man mega gut schauen. Yay. Ich bin die Königin der Lüfte. Cooles Level gewesen. Ja. Ich konnte es einfach nicht so richtig genießen. Weil ich ein bisschen da auf die Funkelkristalle da fokussiert war. Der perfekte Raub. Ja. Man muss sie halt ein bisschen da umschauen. Aber ansonsten her. Von der Art her. Das ist richtig nice. Oh wow. Diamantenschleife erhalten. Also neues Kostüm. Richtig nice. Hey. Fast perfekter im ersten Durchschlaf. Wie lief das bei euch eigentlich in diesem Level? Wenn wir jetzt noch schauen. Wo der Rest war. So. Sind wir da rausgekommen. Hoffentlich zieht es mich jetzt nicht wieder ins Ege runter. Also Uge. Zieh mich bitte nicht ins Uge runter. Zieh mich nicht ins Uge runter. Ja okay cool. Vielleicht muss man selber ins Uge dann nachher runter gehen. Jetzt muss ich das letzte Dings da noch suchen gehen. Im Übrigen denke ich dieses Licht hier wo man da aktiviert hat. Ist nicht verbuggt. Man muss das einfach dreimal schnell hitten. Und dann ist das hier passiert. So kann ich mir das vorstellen. In diesem Raum befindet sich noch der letzte Kristall. Aber nicht hier. Sondern weiter am Ende des Raums. Hier läuft also hier alles rechts hier schnell durch. Weil da oben werdet ihr auch noch gleich den zweitletzten da sehen. Nämlich hier da hinten ist noch einer. Da seht ihr auch da unten. Seht ihr. Bevor ich zu dem komme. Und von diesem Kristall geht ihr einfach ja schnell nach unten. Und da unten hat es noch einen versteckten Gang. Wo ihr auch gerade die Zer-Taste schnell drücken müsst. Und dann kommt ihr hier in einen versteckten Raum hinunter. Und bei diesem versteckten Raum. Da muss man dann diese Drohnen nehmen. Um sich hier ein bisschen auch nach oben zu schwingen. Das braucht ein bisschen Übung. Aber das klappt dann ohne Probleme. Und da oben ist der letzte Bunkerkristall, der mir noch gefehlt hat. Nice. Wenn ihr bei der Stelle übrigens nicht nach rechts kommt. Dann geht ihr einfach so nach oben. Und von hier, von dieser Stelle zieht ihr euch rechts. Also von links nach rechts rüber. Somit ist auch das ganze Level hier auch abgeschlossen. Zu 100%. Alles schön gefunden. Cool. Nun würde ich mal sagen. Seien wir uns in der nächsten Folge. Dann geht es weiter. Wie gefiel euch so ein bisschen so der perfekte Raub. Das ganze Level und so. War ziemlich noch trickreich. Und sehr gut auch versteckt mit den Funkerkristallen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss zusammen.